Hallo zusammen. Heute eine schöne Übung, nenne ich Mountain Climber, auf Deutsch der Bergsteiger, weil die Übung natürlich, wenn ich sie ausführe, der Bewegung ähnelt, als wenn ich auf allen vielen den Berg hinaufklären würde. Wir gehen uns dazu um die Liegestützposition und ziehen dann ein Bein nach dem anderen Richtung Oberkörper an. Springen quasi mit einmal mit dem rechten, einmal mit dem linken Bein Richtung Oberkörper Richtung Flust. Schaut dann so aus. Dabei lassen wir die Arme immer gestreckt und strecken das Bein, das nach hinten geht, auch vollkommen durch. Kurz von vorne. Das war schon der Mountain Climber, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.